Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Gaming-Monitore. Das High-End-Produkt in unserem Gaming-Monitor-Test geht an den Huawei MateView GT 34 Star. Das Ultra Wide 34 Zoll Display im Format 21 zu 9 mit 15 00 Air Design füllt ihr gesamtes Blickfeld aus. 1,07 Milliarden Farben mit genaueren, lebensechten Farbverläufen und 90% DCI-P3 Farbraum. HD-fähige Helligkeit bis zu 350 CD M² mit HDR10-Technologie und einem Kontrastverhältnis von 4000 zu 1. Innovative Soundbar mit zwei 5 Watt Lautsprechern und Audio-Algorithmus für hochwertigen Stereo-Klern. Streichen Sie mit dem Finger über die Soundbar, um die Lautstärke schnell und intuitiv zu regeln. Mit Darkfield Control wird die Helligkeit bei schlechten Lichtverhältnissen angepasst. Ändern Sie mit dem leicht zugänglichen physischen 5-Wege-Joystick schnell die Anzeigeparameter. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der LG 32GP850 Star. Genießen Sie mit dem LG UltraGear Monitor den entscheidenden Vorteil im Spiel. Der 31,5 Zoll Gaming Monitor überzeugt dank Nano IPS mit einer Millisekunde und einer Abdeckung von 98% des DCI-P3 Farbraums mit besonders realistischen Bildern. Genießen Sie dank NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSYNC Premium in Verbindung mit einer 165 Hz Bildwiederholrate ruckelfreie Gaming Sessions. Spielen Sie sich so ganz einfach von Sieg zu Sieg. Mit Ihrem LG UltraGear Monitor sind Sie jederzeit bestens auf Ihre Gaming Sessions vorbereitet. Die leistungsstarken Monitore sind dank zahlreicher Features optimal für rasantes Gaming geeignet. Erleben Sie es selbst und feiern Sie mit Ihrem LG UltraGear Monitor siegreiche Spielzüge. Dank präzisem HD-A10 können Sie sich auf eine besonders realistische Bildwiedergabe freuen. Der Monitor überzeugt mit cleveren Gaming Features und Spielmodi, die Ihre Siegchancen verbessern. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Gaming Monitor-Test ist der AOC C7 und 20 G2 zu. Eine Pixel-Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden heißt Geschwindigkeit ohne Abstriche für ein besseres Spielerlebnis. Actionszenen mit schnellen Bewegungen und dramatischen Übergängen werden reibungslos und ohne störende Ghosting-Effekte umgesetzt. Genießen Sie die beste Bildqualität selbst bei temporreichen Spielen. Die Technologie EMD-Free SYNC Premium stellt sicher, dass die Bildwiederholraten von GPU und Monitor synchronisiert werden, um ein flüssiges Spielerlebnis ohne Bildreißen bei höchster Leistung ermöglicht. Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.